Guten Tag! Hallo! Und herzlich willkommen bei diesem Vlog, denn wir haben heute etwas vor. Und zwar sind wir jetzt gerade an der ersten Etappe quasi und hoffentlich auch der letzten Etappe. Genau, dürfte euch noch bekannt sein. Genau, also, beziehungsweise es sieht nicht mehr so aus wie damals, aber wir sind an der linken Wall. Und für die, die jetzt das Video damals nicht gesehen hatten, hier waren wir schon mal unterwegs und haben einen Graffiti-Künstler interviewt, der hier zufällig gesprayt hat. Und genau hier sind wir heute unterwegs, weil wir heute ein kleines Video drehen über Veranstaltungstechnik-Equipment. Ja, weil wir hatten schon ewig nichts mehr zur Veranstaltungstechnik und das mitten im Veranstaltungstechniker im Team. Also wird es mal wieder Zeit und der Klangcharakter hat sich was Cooles überlegt. Und wir machen jetzt etwas, was wir relativ häufig machen und ich glaube noch nie so in der Form gezeigt haben. Wir suchen eine Location zum Drehen. Genau. Weil wir wollen ja jetzt nicht immer irgendwie permanent an der gleichen Stelle sitzen und irgendwas erzählen, sondern wollen ein bisschen Abwechslung in den Videos haben. Wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht hier das drehen könnten. Also wenn wir Glück haben, ist die erste Location auch gleich die letzte. Und ha, wie wundervoll, wie wundervoll. Ja, man sieht zumindest noch eine kleine Ecke. Also man muss dazu sagen, man sieht hier oben noch ein bisschen das Bild vom Marlon. Also hier wurde wohl vor einiger Zeit nochmal alles komplett übermalt. Deswegen ist Marlons Bild, was ihr jetzt hier im Hintergrund noch so ein bisschen mit dem Kopf seht, nicht mehr da. Aber ich habe Marlon letztens getroffen, im Bus zufällig oder in der Bahn zufällig, so rum war es. Und er hat mir erzählt, er hat es zumindest noch fertig gekriegt. Wir waren vorher nochmal an einer anderen Location, aber da war leider zu viel Betrieb. Und ja, jetzt probieren wir es einfach hier mal. Ja, würde ich sagen, bauen wir mal auf und drehen das Veranstaltungstechnik-Video und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Klangcharakter ist fertig mit seinem Video. Und wie lief's? Och, ganz gut. Ja, also man muss dazu sagen, wenn zwei Anläufe gebraucht, weil der Klangcharakter ist natürlich selber Veranstaltungstechniker und entsprechend ein bisschen Veranstaltungstechnik-Nerdig. Genau, der Klang war schnell ins Hundertste, ins Tausendste sozusagen, aber ja. Genau, und das ist danach irgendwann ganz gut, weil ich bin ja kein Veranstaltungstechniker. Ich habe davon ja überhaupt keine Ahnung und kann ihm dann immer sagen, ob ich das jetzt verstanden habe oder nicht. Und beim ersten Anlauf habe ich einfach kein Wort verstanden. Deswegen haben wir das dann nochmal gedreht, auch in einer etwas kürzeren Variante, weil sonst wäre das auch wieder ewig lang geworden. Ja, genau. Falls ihr euch noch an das Mikrofon-Video erinnert. Wir haben heute tatsächlich mal wieder das Lavalier-Mikrofon im Einsatz gehabt, was wir ja eigentlich fast nie benutzen. Weil direkt hier nebendran, weil das ist ja eine Schallschutzmauer, hier ist natürlich die Bundesstraße oder Autobahn. Und das ist dann immer etwas blöd, wenn das im Signalweg drin ist. Ja, also man hört das auch ganz schön, weil das hatten wir ja schon mal bei dem Graffiti-Video, was ich ja schon erwähnt habe, drin extra als Stilmittel, weil das natürlich zu Graffiti und so passte mit diesen Autobahn-Geräuschen im Hintergrund. Heute wollten wir das aber nicht drin haben. Deswegen war heute das Ansteck-Mikrofon mal wieder dran. Was jetzt noch fehlt, sind ein paar Fill-Ins von dem Gerät, was du vorstellst. Genau. Und da suchen wir uns jetzt noch eine zweite schöne Location, hoffen, dass es noch halbwegs hell bleibt. Hell genug ist dafür, dass wir die noch machen können, ansonsten machen wir die halt bei mir daheim. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt einfach gleich wieder und dann schauen wir mal, wie Klangcharakter noch Fill-Ins für sein Video dreht. Wuuuuh! So, wir sind wieder bei mir zu Hause und gleich mit einem witzigen Fun-Fact. Genau, weil wir haben hier Strom und können dieses Gerät auch betreiben, damit man auch das Display sieht. Ja, also wir haben jetzt schon mal im ausgeschalteten Zustand an der linken Wall noch, damit das Ganze stilistisch natürlich ein bisschen zusammenfasst, die ganzen Einstellungen, die noch zusätzlich so eingeblendet werden sollen, gemacht. Und dann ist uns halt irgendwie aufgefallen, für die ganzen Sachen, die im eingeschalteten Zustand erklärt werden, fehlt da irgendwie der Strom an dieser Mauer. Deswegen haben wir die jetzt hier noch fertig gemacht und jetzt haben wir, oder sind wir gerade dabei, uns die ganzen Aufnahmen von heute anzuschauen. Wir werden jetzt schon mal einen ganz groben Vorschnitt machen, weil das Problem an der Sache ist ja, ich habe es ja schon erzählt, ich bin kein Veranstaltungstechniker und habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann was eingeblendet werden muss. Bevor ich da jetzt irgendwas falsch mache, muss Klangcharakter da natürlich drüber gucken. Deswegen machen wir jetzt eine ganz grobe Rohfassung schon mal, mit der ich dann weiterarbeiten kann. Und dann geht es weiter mit dem heutigen Programm, weil wir haben noch was vor. Aber was, das verrate mal erst gleich. Böö. Bis gleich. Juhu. 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 Unser Rohschnitt ist fertig. Der Klangcharakter hat endlich mal wieder ein Video bekommen zu seinem ganzen neidigen Veranstaltungstechnikrahmen. Ja, wie findest du, ist es geworden? Sehr gut. Mit einem sehr coolen Look vor allen Dingen, weil die linken Wall ist einfach irgendwie, die hat so einen richtig schönen, coolen Flair. So ein Spirit. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen was Rustikales und so. Also ich stehe da ja auch so ein bisschen drauf. Gerade bei so einem Technikrahmen, so die Technik im Kontrast dazu. Jetzt haben wir ja, haben wir ja vorhin schon erzählt, noch was anderes vor. Wir werden nämlich jetzt noch ein Video drehen, was ein bisschen mit Veranstaltungstechnik so halb zu tun hat. Also es ist nicht wirklich Veranstaltungstechnik, sondern eher so dein anderes Veranstaltungshobby. Es hat ein bisschen was mit DJing zu tun, aber mehr verraten wir an der Stelle noch nicht. Genau, weil es soll ja noch ein bisschen spannend bleiben und ihr sollt ja noch einen Grund haben, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Also mir werden dann ein paar Fragen beantwortet, die ich bisher eigentlich zwar nie gestellt habe, aber die mir dann plötzlich aufkamen, als diese Videoidee kam. Und ich denke, so wird es euch wahrscheinlich auch gehen. Ihr werdet das Video aufmachen und plötzlich werden euch Fragen beantwortet, die ihr euch noch nie gestellt habt, aber die ihr hochinteressant findet. Ja, und deswegen beenden wir jetzt den Vlog an der Stelle, damit wir das Video drehen können und das auch auf jeden Fall noch kommt. Und bedanken uns bei euch wie immer für jedes Abo, für jeden Like und für jeden Kommentar. Ciao, ciao, tschuuu! Ciao, tschuuu!